Hallo und Willkommen zu einem neuen Video bei Trans17GV Der Release der Konsole liegt ja nun schon ein paar Tage zurück und jetzt ist es Zeit, finde ich, mal ein kleines Resümee zu ziehen. Es gibt sowohl gute als auch nicht so gute Eigenschaften der PS4 Pro und die habe ich in diesem Video mal kurz zusammengefasst. Die neue Playstation 4 Pro ist ja die leistungsstärkste Konsole am Markt. Mit 399 Euro ist diese in dem der PS4 Slim auch gleichzeitig die teuerste Konsole von Sony. Die Pro kann alle PS4 Spiele wiedergeben, zeigt aber erst bei gepatchten Spielen, welche Grafikleistungen ihr steckt. Profitieren können dabei nicht nur die Besitzer von 4K Fernsehern, sondern auch auf Full HD Geräten zeigt sich ein deutlicher Grafikboost der Pro gepatchten Versionen, auch Pro Enhanced genannt. Die Leistung der Pro gegenüber der herkömmlichen PS4 hat sich um mehr als 2,3 mal verdoppelt. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn ich durch das Menü zappe, sowie das deutlich schnellere Laden von Spielen. Sehr positiv wirkt sich die Mehrleistung auch den VR-Sektor von Sony aus. Die VR-Spiele mit einem Pro-Patch zeigen eine deutlich bessere Grafik und eine stabilere Framerate. Hat man sich erst an das neue Styling und die Größe des Tribble Deckers gewöhnt, bemerkt man doch ein deutlich höheres Gewicht von ca. 3,3 Kilo. Die Pro hat durch ihre Mehrleistung natürlich auch einen höheren Stromverbrauch, der bei ca. 150 Watt liegt. Diese bleibt jedoch auch bei längeren Spielstunden recht kühl im Gegensatz zu der alten PS4 und die Lüfter bleiben sehr angenehm leise. Der maximale Energieverbrauch bei der PlayStation Pro liegt bei etwa 310 Watt. Auch der optische Anschluss hat im Gegensatz zur PS4 Slim seinen Platz bei der Pro wieder eingenommen. Die 1 TB Festplatte könnt ihr mit wenigen Handgriffen austauschen und dank der SATA 3 Schnittstelle auch eine schnellere SSD einbauen. Neben allen Kabeln findet ihr auch den überarbeiteten DualShock 4 Controller und ein Mono-Headset im Lieferumfang. Ihr könnt über den Klinkenanschluss der PS4 Pro aber wie gehabt jedes beliebige Headset anschließen. Weniger positiv ist mir die neue Bedienleiste für die Power- und Eject-Funktionen aufgefallen. Die Kunststoffleiste wirkt sehr unkomfortabel und nicht besonders stabil. Es wirkt irgendwie, finde ich, ziemlich billig gemacht. Des Weiteren sind mir die neuen USB-Ports an der Vorderseite aufgefallen, die in das Gehäuse eingelassen wurden und eine Benutzung zum Beispiel von Mini-USB-Sticks unmöglich macht. Dieses lässt sich aber durch die Benutzung eines 3.0 USB-Verlängerungskabels beheben. Von der Benutzeroberfläche her ist bei der neuen Pro somit alles gleich geblieben. Diese nutzt das gleiche Interface und ermöglicht auch zukünftig das gemeinsame Gaming von PS4 und PS4 Pro Usern. Um die volle Grafikpracht genießen zu können, sollten 4K-TV-User unbedingt daran denken, das erforderliche HDMI 2.0 Kabel zu benutzen. Dieses liegt aber der Konsole bei. Gerade bei größeren Bildschirmen ab 55 Zoll machen sich die Verbesserungen durch präzise Details und schärfere Kanten bemerkbar bei der PS4 Pro. Die Pro zeigt kein natives 4K, kann aber durch das sogenannte Checkerboard-Upsampling eine sehr saubere Darstellung auf allen Fernsehern zeigen. Wie gut die Mehrleistung der Konsole in Zukunft voll ausgereizt werden kann, wird natürlich in erster Linie von den Entwicklern abhängen. Mein Fazit zu der Konsole habe ich auch noch mal kurz dargestellt. Zu den großen Plus-Eigenschaften gehören Preis-Leistung, die 4K- und HDR-Fähigkeit, bessere Grafikleistung für die PlayStation VR und natürlich auch Full HD. Bei optimierten Spielen natürlich nur. Die nicht optimierten Spiele sind also wie gehabt in der gleichen Grafik dargestellt. Was nicht so gut ist, ist der höhere Stromverbrauch. Das ist natürlich der Mehrleistung zuzusprechen. Kein UHD-Laufwerk ist verbaut. Grafik-Updates sind limitiert. Und negativ ist mir, wie gesagt, auch die billig wirkende Bedienleiste und die versetzten USB-Ports aufgefallen. Man kann halt nicht alles haben bei der Konsole. Ansonsten ist mein Fazit sehr positiv und ich kann durchaus eine Kaufempfehlung aussprechen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.